Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich war gerade im Liegestuhl, lag in der Sonne, habe irgendein Buch gelesen. Was habe ich denn gelesen? Also How to be a Stoic von Seneca oder keine Ahnung über Seneca. Das ist total interessant. Da gibt es echt viele richtig interessante Gedanken da drin. Auf dieses Buch bin ich gekommen, weil ich gerade mal wieder Anti-Fragile von Nassim Taleb lese und in einem Teil des Buches spricht er eben über Seneca und wie viele Ideen er denn von Seneca bekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann liest du doch mal den Originaltext und nicht einfach nur das Kommentar dazu. Und als ich so in der Sonne lag, ist mir eingefallen, mein Gott, du hast ja noch gar nicht den Podcast aufgenommen. Und dann bin ich jetzt reingegangen hier in mein kleines Zimmer. Ich bin gerade auf dem Land, irgendwo in der Mitte von nirgendwo, middle of nowhere. Und habe mir schnell überlegt, ja Mensch, worüber spreche ich denn heute? Und was mir eingefallen ist, sind sieben Phrasen, sieben Vokabeln zum Thema Wirtschaftsdeutsch. Seven vocabulary sentences, phrases about business German. Und das sind so Vokabeln, die würde ich mal sagen auch ständig verwendet werden, also die nicht nur selten auftreten oder nicht nur selten verwendet werden, sondern wirklich häufig. Okay, der erste Satz oder die erste Phrase ist auf einer Geschäftsreise sein. Und direkt übersetzt wäre das also to be on a business trip. Also ich habe häufiger mal Leute, Schüler, die mich fragen, ja, ich bin gerade auf einer Geschäftsreise, aber sie wissen halt nicht, wie sie das sagen sollen auf Deutsch. Und to be on a business trip ist auf einer Geschäftsreise sein. Zum Beispiel, nächste Woche werde ich auf einer Geschäftsreise sein. Oder ich war auf einer Geschäftsreise. Oder ich bin gerade auf einer Geschäftsreise in, was weiß ich, keine Ahnung, Zürich zum Beispiel. Okay, dann ein, also Nummer zwei, eine Beschwerde einreichen. Ja, also keine Ahnung, der Kunde hat eine Beschwerde eingereicht. The client filed a complaint. Oder ich werde eine Beschwerde einreichen, weil das kann ja so nicht weitergehen. Ja, I will file a complaint, it can't continue like this. Eine Beschwerde einreichen. Nummer drei, im Wettbewerb stehen. To stand in competition. To be in competition. Im Wettbewerb stehen. Also, keine Ahnung, das Unternehmen steht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, könnte man so sagen. Ja, also, ich weiß nicht, gibt es noch andere Beispielsätze? Euch fallen bestimmt auch andere gute Beispielsätze ein. Mir fällt gerade kein noch besseres Beispiel dazu ein. Aber im Wettbewerb stehen. To stand, to be in competition. Nummer vier, einen Kredit aufnehmen. Einen Kredit aufnehmen ist to take on a loan. Ja, also, ja, einen Kredit aufnehmen to basically to take a loan. To take on a loan. Also, zum Beispiel für mein, keine Ahnung, für mein Projekt oder für mein Unternehmen habe ich einen Kredit aufgenommen. Oder ich werde nächstes Jahr einen Kredit aufnehmen, weil ich expandieren möchte. Und dann könnten wir eben einen Kredit aufnehmen sagen. Dann Mitarbeiter einstellen. Also, einen Mitarbeiter einstellen oder plural einfach nur Mitarbeiter einstellen. To hire employees. Ja, einstellen ist hier in dem Fall Mitarbeiter einstellen ist to hire. Employees. Also, ich muss noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen für mein Unternehmen oder für mein Projekt, da ich Hilfe benötige. Oder ich habe jetzt genügend Mitarbeiter eingestellt. Dann Nummer sechs ist eine Rechnung bezahlen. Man kann auch sagen, eine Rechnung begleichen. Aber eine Rechnung bezahlen würde ich sagen, ist auch eher. Vielleicht so ein bisschen geläufiger, üblicher. Eine Rechnung bezahlen to pay an invoice. Ja, also ich muss noch meine Rechnung bezahlen. I still have to pay my invoice. Oder Rechnungen, plural. Und dann Nummer sieben. Und das ist dann auch die letzte Vokabel, beziehungsweise der letzte Satz. Eine Frist einhalten. Die Frist ist the deadline. Da fragen mich auch ab und zu Leute, was heißt denn deadline auf Deutsch? Und die Antwort ist die Frist. Und eine Frist einhalten bedeutet dann to keep a deadline. Ja, also to stay within the deadline. Also ich versuche immer, meine Frist einzuhalten. Oder manchmal bekommt man auch irgendwie einen Brief oder eine E-Mail von, keine Ahnung, wo man irgendwas bezahlen muss. Und da steht dann auch die Frist drauf, die man dann einhalten muss. Ja, if you have, like, sometimes you receive an E-Mail or a letter or something like where it says the deadline. And then you have to keep that deadline. Dann musst du die Frist einhalten. Okay, lass uns das nochmal kurz wiederholen. Also auf einer Geschäftsreise sein. To be on a business trip. Eine Beschwerde einreichen. To file a complaint. Im Wettbewerb stehen. To be in competition. Einen Kredit aufnehmen. To take on a loan. Mitarbeiter einstellen. To hire employees. Eine Rechnung bezahlen. To pay an invoice. Und eine Frist einhalten. To keep a deadline. Das waren die sieben Vokabeln für heute. Die Episode ist heute ein bisschen kürzer. Warum? Weil ich jetzt einfach wieder in die Sonne gehen werde. Und ein bisschen weiterlesen werde. Und mich noch ein bisschen sonnen werde. Und vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch ein Glas Wein dazu trinken werde. Wenn du mit mir Deutsch lernen möchtest, zum Beispiel auch Wirtschaftsdeutsch, dann kannst du ganz einfach ein Kennenlerngespräch mit mir buchen oder mit mir vereinbaren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, if you want to learn German with me, for example, Business German, because of my background, I can help you with that. Then you can just book a discovery call. You can find the link in the Shownotes for that. Obviously, I wish you a wonderful summer. And, well, hope you found this episode helpful. Tschüssi und ich wünsche dir einen traumhaften Sommer.